Hallo und herzlich willkommen zum rhetorischen Espresso. Heute geht es ums Ankern. Wenn ihr eine Frage stellt, zum Beispiel, wie viel ist euch die Fortbildung eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wert, dann werdet ihr sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Die werden wahrscheinlich zwischen 200 und 7000 Euro im Jahr variieren. Wenn ihr aber die Frage so formuliert, was ist ihnen die Fortbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wert? Mehr oder weniger als 3000 Euro im Jahr. Dann werden sich die Antworten um diese 3000 Euro herum gruppieren. Das nennt sich Ankern. Und das heißt, wenn ihr also einen Fragebogen erstellt, wo ihr offene Antworten bekommen möchtet, dann hütet euch davor, Zahlen zu nennen, weil die eben diese Ankerfunktion haben. Und wenn ihr aber genau ankern wollt, weil ihr zum Beispiel eine Spende für einen guten Zweck generieren möchtet, dann könnt ihr natürlich schreiben, was sind sie bereit zu spenden? Mehr oder weniger als 50 Euro. Bis zum nächsten rhetorischen Espresso. Ich freue mich auf euch.